Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren GTA Skill Race! Broxus ist heute auch wieder am Start, wir werden uns gegenseitig trollen und das Rennen wird heftig. Er wird auf jeden Fall einiges probieren, aber dann komm ich und zeig ihm was Sache ist. Rennen wird spannend, lasst gleich da, wenn ihr Bock drauf habt, ich wünsche euch viel Spaß, Kuss und wir gehen rein. Und es geht wieder los, Broxus! Skill Race hab ich gehört, was geht ab? Das ist auch gut! Ja, und heute wirst du auf jeden Fall absolut drauf gehen, das sag ich dir so, wie es ist. Heute wirst du drauf gehen, das sag ich dir jetzt schon. Ah, das war ganz schön knapp, mein Bester. Ja, nicht nur mir, was ich hier drauf habe. Oh, ja, nice, Digga, da hast du aber einiges drauf, Broder. Ja, der Warwick hat jetzt gerade nicht so funktioniert, wie ich mir gedacht habe, aber der jetzt! Yeah! Oh, schade, ey, das war sogar echt fast perfekt. Hast du den Checkpoint gekriegt? Das war ja echt fast perfekt. Nee, den Checkpoint hat er wieder nicht gekriegt. Komm her! Ey, hallo! Komm her! Ey! Okay, weiter geht's, Denno! Ähm, ich weiß gar nicht, was du hast. Du, Wallride ist hier in jeder Folge. Wow, Digga! Gar nicht so schwer, ne? Ja, ja, war okay. Ich sag's dir, Wallride hat auf jeden Fall, äh, macht Spaß. Digga, ja, Spaßpotenzial ist auf jeden Fall da. Ich hab so einen halben gemacht, ich würde sagen, das zählt. Nein! Oh Mann, das ist halt echt schlecht, Sorge. Boah. Digga, hab schon wieder keine Munition. Du hast keine Munition, dann hast du auf jeden Fall auch kein Auto mehr. Oh Mann, ich hab gesagt, du wirst diese Folge leiden, Digga. Unglaublich. Okay, das werde ich dir merken jetzt, ohne Spaß. Das merke ich mir jetzt. Ich starb bisschen holprig, aber ganz zuletzt lacht er, und er lacht am besten. Ja, wir wollen mal gucken, ne? Ist ein bisschen mad jetzt, weil du gerade die Bombe geschluckt hast. Äh, nix los, weißt du, wovon du redest. Ah, ja, du weißt genau, wovon ich rede. Das weißt du genau. Ja, ich komm mir gut vorbei, also ich... Ja, ich auch. Digga, sieht gut aus hier. Das ist ja gut. Was sagt dein Reifen da so? Dein Reifen. Hey! Ich hab' hier vorne geguckt. Du hättest gucken sollen, Digga, wo du hinfährst. Das war natürlich ne knappe Kiste. Oh, 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 Junge. Ich krieg den Checkpoint, das schwör' ich dir. Oh! Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Als ob er sich da noch genutzt hat. Oh mein Gott! Antäuscher? Ja, der Antäuscher, Digga! Ne, den Checkpoint nehm' ich mir auf jeden Fall jetzt so. Schlafen wir ihn mir doch. Alles in Ordnung, ne? Also, ich sag' mal so, ne? Du musst jetzt auf jeden Fall erstmal spüren, wie es da unten aussieht. Boah, Junge. Du musst jetzt ein bisschen treffen. Du musst jetzt ein bisschen treffen. Wir fahren wie ein junger Gott. Ich sag' wie es ist. Erst mal ein bisschen treffen, sag' ich dir. Oh Gott, ey. Das wird jetzt eklig für mich. Ah. Ja, das Problem ist, dass ich schon wieder nur auf einer Felge fahr' und ich mich frag', wie kann das sein, ne? Ja. Was machst du da oben? Haaaaaaah! Verdammt! Oh Junge, du bist ja richtig am durchziehen, ey. Okay, okay. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß es wirklich nicht. Frag' mal meine 30 Platten, die ich jetzt hier mittlerweile habe. Ja, ich hab' schon überall Platten, Digga. Verdammt! Wie willst du mir denn noch mehr schießen, ha? Oh mein Gott! Oh nein! Oh, ich steck' hier in diesem Schild fest, ey. So, Digga, es reicht. Es reicht doch jetzt mal. Ja, ich fahr' jetzt erst mal. Genau, fahr' erst mal. Mach erst mal deine, deine Tour, ne? Ja, ich mach' mal meine Tour, Digga. Ich mach' da. Oh Gott! Mach' mal deine Tour noch unten. Jaaaah. Viel Spaß dir. Bisschen frische Luftstoffe, ne? Oh Gott, ey. Ja, okay. Du musstest dich natürlich auch mal wieder so ein bisschen zurückgrinden ins Game. Kann ich auch absolut verstehen. Na, Büchse? Was machst du hier, hä? Mach' gar nichts. Treff' mich! Treff' mich, jung! Und kein Problem. Aha. Na, guck' mal. Uff, das war knapp. Oh Gott. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Und weg hier? Nein. Ich hätte den Weg so gut nehmen können jetzt. Oh Gott. So, pass auf. Wenn du jetzt hier nichts machst, dann werfe ich hier auch nichts auf dein Auto. Okay, okay. Okay. Na gut. Dieser dreckige Hund. Also, da sag ich dir, wie es ist. Wir fahren dann noch mal ganz kurz zurück. Warum denn? Hey, nein. Oh Gott, das hast du jetzt echt nicht gemacht, oder? Würdest du mich hier so hopstehen können? Jawoll. Ist mir egal, was du machst. Ist mir egal, was du machst. Nein. Ja. Na, wie war das denn noch so? Wow. Ja, weine. Du machst gut. Also, ich sag dir so, ne? So, wie ich jetzt gerade respawn. Also, das ist schon illegal, Digga. Das ist richtig illegal. Ich hänge so auf Krise. Warum habe ich so viele Waffen mittlerweile? Es war so leicht, als ich noch alles entspannt auswählen konnte. Oh, nein. Oh, nein. Was soll das? Hey. Was machst du da? Ach so, musst du da runter. Sag mal. Was soll die Scheiße? So, jetzt reicht es mir. Digga, jetzt hast du mich wütend gemacht. Hier geht ein Dings wert. Jetzt hast du den Zorn einfach, ne? Sag ich dir, so wie es ist. So, Digga. Tschüssi. Also, Karma kick erst mal rein. Perfekt. Ah, netter Versuch. Oh, mein Gott. Schön, Digga. Oh, nein. Schön. Oh, ist das ekelhaft. Wenn man hier jetzt natürlich hoch will und so weiter und so fort, ne? Was? Als ob? Digga, das hast du nicht gemacht. Du dreister Typ. Einfach abgeschossen, die Haftball auf deiner Motorhaube. Ah, ja, okay. Das war natürlich nice. Sind wir stinkig? Nein! Ja, Digga, das regelt sich doch. Oh, nö. Haha, yeah. Ah, ich respawn so oft. Es ist einfach ekelhaft. Bamam. Haha. Das ist so schön. Der Typ, ey. Na? Das lasse ich mir schmecken, Digga. Hau rein. Na, endlich. Ja, hab ich mein Payback auf jeden Fall bekommen. Finde ich gut. Wer mal dankt. So. Na, komm mal her. Na, komm mal mein Kleiner. Ja, na komm. Oh, Gott. Das sieht schlecht aus. Oh, Mann. Was wolltest du denn da unten? Ja, ich wollte nur so ein bisschen den Ballon platzen lassen. Das wusste ich mir einfach nicht. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Fliege, mein Kleiner. Okay. Na gut. Ich hab mit dem Atomisierer ein bisschen geübt. Also, ich dachte mir halt so, das könnte nötig sein. Na? Oh, Gott. Sag mal. Das war eine Scharfschütze vom Präsidenten. Ach so. Ach, nö. Oh, Mann. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, dass du mir all die ganze Zeit sowas Schlimmes angetan hast, oder? Ich mach nicht mal was. Weißt du? Genau so fühl ich mich dann halt auch und ich musste echt ein bisschen oft resetten. Und wir lassen mal so ein bisschen. Und tschüss. Oha. Na, willst du hier hoch? Ja. Das tat so gut. Ich hab dir das ganze Game zurückgezahlt in zwei Minuten. Oh, Mann. Ach, geil. Ich lass dich hochfahren. Ich bin nicht so einer. Ja, mir sag ich dir, nachdem er mich zwei miteinander komplett hops genommen hat. Roxo, ich finde dich. Was war das? Ich weiß nicht, was du meinst. Digga, was hast du da, was war das jetzt für eine miese Aktion da oben? Gar nichts. Ha? Oh, Gott. Schon wieder so ein Ding. Oh, da oben ist das Ziel, Denno. Oh, nein. Nicht das Ziel. Oh, nein. Das Ziel. Hast du nicht verdient. In meinen Augen heute nicht verdient. Das tat sehr gut. Ja, Leute. Das war's mit einer weiteren Folge von GTA Skill Race. Falls ihr sie auch so nice fandet. Naja. Und Roxo den Sieg vielleicht nicht gönnt. Lasst ein Like da. Und abonniert den Kanal. Vielleicht schaut ihr noch ein paar Videos. Und könnt gerne nochmal mit Roxo auf dem Kanal vorbeischauen. Fetter Kuss. Denno out.